Okay, pass auf. Du siehst gut aus, aber ich glaube auch, dass du das weißt. Und da frage ich mich, ob du vielleicht so ein kleiner Aufreißer bist. Und das ist so mein Fragezeichen aktuell bei dir, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde das immer heftig, dass ich, also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich so eingeschätzt werde. Und ich denke mir mal, das wirkt immer so als, also wie oft ich schon gehört habe, auch von Jungs oder von Männern, ey Digga, ohne Scheiß, krass, ich habe erst gedacht, du bist voll arrogante Wichser. Und dann denke ich mir so, warum? Du bist halt ein bisschen, ein bisschen lauter, ein bisschen mehr präsent. Vielleicht überspiele ich auch manchmal was mit meinem Lautsein oder keine Ahnung was. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Erster Eindruck ist immer irgendwie, dass ich sonst was vor mir halten würde. Also ich sage manchmal, du bist so, im Moment sehe ich dich so ein bisschen als Häuptling der Gruppe. Empfehlst du das so? Sagen wir mal so, es wurde mir schon mal gesagt. Und ich finde es eigentlich, ehrlich gesagt, finde ich schade, dass das so rüberkommt. Weil ich eher einer bin, der genau andersherum und eher so Zweifel hat und eher so, aber was ganz anderes ausstrahlt vielleicht. So weißt du sogar? Ja. Ich glaube, ich habe ihn da richtig mitgetroffen. Es tut mir unglaublich leid, weil ich keinen in so einer Situation bringen möchte. Da habe ich gerade mitgekämpft. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Das ist ja auch immer so ein Ding, wenn man da irgendwie so viel durchlebt hat oder weiß nicht, vielleicht auch mal negative Erfahrungen gemacht hat. Das ist auch prägt letztendlich. Also mein Vater ist früh gestorben, da war ich neun Monate alt, mit einem Ortunfall. Das heißt, meine Mutter stand da erst mal alleine mit zwei Kindern oder 24 damals. Und ich habe auch sehr viel Zeit bei meinen Großeländer verbracht. Und mein Opa war so der Familienhäuptling. Und ich weiß nicht, ja, also das ist das Krasse. Mich hat das total verwundert, als mir das dann hier auf einmal so gesagt wurde, wo ich dachte, so hä, okay. Das passiert halt irgendwie unterbewusst, ehrlich gesagt. Das ist nichts irgendwie, was, was man jetzt so... Weißt du, was ich meine? Hui. Oh, Entschuldigung. Und dann bringe ich auch noch andere Leute in Kack-Situationen. Das bereue ich gerade total. Ich hätte mir eigentlich mit Zico einen schönen Moment gewünscht. Eventuell hätten wir uns heute dann auch geküsst. Ich glaube, ich habe es mir einfach selber ein bisschen versaut. Und ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Ich suche als Bachelorette meinen Traum an. Und ihr wahrscheinlich das nächste Video. Hier entlang. Oder doch vielleicht den Abo-Button? Hier entlang. Ganze Folgen gibt es übrigens hier auf TVNOW. Das mehr im langes stair Bienen. Jerry Hutsch. Junge. Okay. Also, wir Tudoativo aufgone이를 machen. I-Ein Wirstrange. Ist jetzt auch banc.